Soooo Jetzt dürfen wir Feuersignale suchen Wo ist deine Gasmaske, Bishonk? Alter, deine Gasmaske, wo ist die? Ah, jetzt hat er an Jetzt hat er sie an, der Bishonk So, wo muss ich lang? Da Wie komme ich da hin? Auf jeden Fall da lang Und dann runter Immer weiter runter Immer weiter runter Ja, Kollege, ich lauf Oh, okay Lauf, lauf, lauf Ausdauer Ja, es ist ein bisschen Ich muss durch die Leninge Und über den anderen Seite Ähääh Wirst du mich sagen Ach komm, also da brauchst du doch So ein alter Opa gehen da durch, Mann Ich muss auf das gekippte Haus um auf das Hochhaus zu kommen, okay Scheint ja nicht schwierig zu sein Ich muss auf das gekippte Haus Und jetzt Wo hab ich jetzt geschafft? So, schau mal ein bisschen aus, da war Dann haben wir jetzt geschafft Interessante Kamera Kann ich da irgendwie hochklettern oder was? Klettern, klettern, klettern Klettern Kann man hier auch runterfallen? Wieso ist es hier jetzt so dunkel? Zombies werden hier cool Werden hier Zombies, dann wird das Spiel noch viel besser sein Aber so ist es kacka Und so ist es kackt Ein Obstsalat Da gehe ich lieber nicht runter Da schon eher Ja Es läuft ganz gut jetzt im Moment Es läuft ganz gut jetzt im Moment Na, die Sprunge gefallen Ausdauer auch nicht im kritischen Bereich Ja, es läuft, läuft Und so ist es Ein bisschen Obstsalat gefressen Aber naja Es macht nichts Das macht nichts Das macht nichts Klettern Ich muss nichts schauen Wofür jetzt? Wo soll ich hin jetzt? Wo soll ich hin jetzt? Da rüber oder was? Das macht nichts Ich bin sicher, dass es hier nicht weitergeht Ja Komisch, komisch, komisch Ah, aber hier Alive Ja Sooo Scheinbar haben wir Ja, das ist nur gepackt Das ist auch immer was Das ist auch immer was Ich frage es jetzt Ich frage es jetzt Wie kommen wir da rüber? Kletterhaken Wo bist du Kletterhaken? Soll ich dich nicht verwenden Oder was? Soll ich da runter vielleicht? Ich glaube ich muss runter Ich glaube ich muss runter Geld runter, du Fisch Schluss bei dir, ey Nee Nee, scheinbar nett Ach Da kann man klettern Soviel gibt's Soviel gibt's Ja Ja Spring doch No way I can drop that far Hier ein abortiertes Kind Du bist immer als ein Stück frei Ja Spring doch rüber, Mann, was ist los bei dir? Soviel gibt's Nehmt Ihmt Ja, klätsch. Immer schön weit hochklettern Anblick für miete Augen, ja für Krebs erkrankte Augen, ey. Ich habe auch einen Krebs. Also mäßig noch. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe irgendwas falsch gemacht, aber was habe ich nur falsch gemacht? Ach, ich hätte Ansicht da hochgehen können. Ich bin ja nicht zurückgegangen. Ähm, Kapazität hätte ich gern. Aber warum nicht das? Also wir sind jetzt hier oben. Und wollen da hoch. Oh, war er da rüber? Sagen wir da rüber? Sagen wir das? So. 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 Du bist ja recht ziemlich komisch. Nein, dieses Klettern, ey. Der hat nicht so groß zu tun. Um... Aham. Oh, Slamfire. Aham, daoska mažama nemaat zazik. Ich könnte zurück und mache viele Dinge anders. Wie was? Ich würde mehr Zeit in der frischen Luft spenden, das ist sicher. Einfach mal die Gegner überlusten, täuschen. Umgehen. Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Ich werde es weiter machen. Ist das zu spät? Deswegen nehmen sie nicht alle. Sorry, Bro, aber... Was ist bei dem jetzt los? Was ist das? Oh, Anna. Das ist wirklich gefährlich, nicht wahr? Wir können alle sterben. Vielen Dank für die Behandlung. Nachdem wir die Erdbezüge in der Oberfläche sind, haben wir mit ein Gruppen von anderen Survivoren. Sie sagten, dass sie ihre eigene Kampen haben, irgendwo außerhalb der Züge. In der Ende, sie haben angefangen, mit ihnen zu spät. Also, wir verletzten uns und kommen zu diesem Ort. Es ist nicht einfach zu kommen, aber es ist sicher. Also, es fühlt sich sicher. Ich werde sicher, dass er zu helfen wird. Ich will sterben. Danke für alles. Ja, passt schon. Blablabla. Was bedeutet, dass ich deine Behandlung mag? Hey, wie warst du hier? Du bist hier. Du musst bist der Mann, mein Junge sprachst. Für den Erdbezüge. Der Erdbezüge. Der Erdbezüge ist weg. Ein von unseren Freundinnen ging da dort, bevor es nicht aus der Kraft ist. Und es hat lange gehalten. All right. Um. Okay. Die Tür ist alert. Ich warte. Ich warte. Achein. Ich wähle mich. Das wird mit zu baut. Ich warte. Ich warte, ich warte runter. Egal, ich würde sagen, hier enden wir mal die Folge, mal gucken, ob wir es mit diesem Teil schaffen, bis dahin, tschau!